Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Gratulationsparcours sind schon in vollem Gange. Große Ereignisse werfen nicht mehr ihre Schatten voraus, sondern, wie man auch immer das ausdrücken mag, ich bitte um ein bisschen Aufmerksamkeit und habe die Bitte, dass Sie Ihre Plätze zu langsam einnehmen, bei all dem, was heute schon geschehen ist. Ich freue mich, Sie froh und munter, wie man sieht, wieder begrüßen zu dürfen hier im Plenarsaal und eröffne die 18. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Wenn ich mich umschaue, kann ich auch die Beschlussfähigkeit feststellen und darf Ihnen zunächst ein paar Mitteilungen machen. Gesehen haben Sie es, glaube ich, schon. Festgestellt haben Sie es auch schon, und jetzt geht es der Reihe nach. So ist das halt. Der Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel hat mit Ablauf des 3. September 2019 – wir sprachen darüber gestern – sein Mandat als Abgeordneter niedergelegte Nachfolgerin ist die Abg. Nadine Gersberg. Liebe Frau Gersberg, ich will Sie herzlich begrüßen hier in unserem Hause. Ich wünsche uns eine gute und eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das ist hier doch ein sehr schöner Arbeitsplatz in einem der schönsten Plenarsäle, den es in Deutschland gibt. Aber es ist nicht nur der Plenarsaal, der schön ist, sondern es sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die außergewöhnlich nett sind. Sie wirken nur manchmal schroff, sie sind nicht schroff. Auch das, was hier an Auseinandersetzungen stattfindet, ist eher freundschaftlich, als dass sich ein gegnerisches Miteinander austauschen ist. Insoweit, liebe Frau Kollegin Gersberg, wir sind froh, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Alles Gute für Sie und für die gemeinsame Zukunft. Damit einhergeht ein weiteres großes Ereignis. Auch das kann man anhand der Sitzordnung betrachten. Frau Abgeordnete Nancy Faeser wurde heute Morgen zur Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der Sozialdemokraten im Hessischen Landtag gewählt. Auch dazu gilt, wir gratulieren ganz herzlich, liebe Nancy Faeser, zu dieser Wahl und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als würden wir uns nicht schon kennen und insoweit ist dieser Freudeauszug zu geben, glaube ich, durchaus Anlass genug. Alles Gute, viel Glück und vor allem viel persönliche Zufriedenheit im neuen Amt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Nancy Faeser. Damit komme ich zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 5 eingegangen. Bitte, oi, 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 oi. Na, das ist, ja, man muss fast sagen, das ist liberale Grandetzer. Das kann keiner so gut wie ein Liberaler wie René Rock. Hatte euch allen voraus, lieber René, gestern Abend noch beim Brauerbund und heute Morgen mit einem solchen Blumenstrauß. Also wie gesagt, das ist liberale Grandetzer. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Ja, der ist so groß, dieser Blumenstrauß, der ist so groß, dass er rausgetragen werden muss, weil er unsere Platzprobleme noch verschärfen würde, lieber René. Wie willst du diesen Blumenstrauß denn steigern? Was willst du deiner Frau denn sagen, wenn du solche Blumenstrauße hier im Plenarsaal verschenkst? Kann man nur hoffen, dass die Presse schon draußen war. Also, trotzdem sind die Tagesordnungspunkte 1 bis 5 erledigt und trotzdem sind eingegangen, auch wenn der Platz enger geworden ist an ihren Plätzen, und verteilt ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit Übersicht und Strategie dem Wohnraummangel begegnen, lautet er, Drucksache 20-1137, und ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 82 und kann, wenn dem niemand widerspricht, was ich nicht sehe, mit Tagesordnungspunkt 56 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag, und zwar der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit Konsequenz und System für Hessens Wirtschaft eintreten, Drucksache 20-1138. Die Frage, ob auch hier die Dringlichkeit bejaht wird, ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 83 und kann, wenn dem niemand widerspricht, was ich auch diesmal nicht sehe, mit Tagesordnungspunkt 59 zu diesem Thema aufgerufen werden. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von zwei Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 54, dann folgt Tagesordnungspunkt 53. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 56. Entschuldigt fehlen heute Nachmittag Herr Staatsminister Dr. Schäfer von 13 bis 14.30 Uhr. Das wird mitten in der Mittagspause sein. Herr Staatsminister Kai Klose. Entschuldigt ist ganztägig auch die Kollegin Carina Fischmann und die Kollegin Astrid Wallmann. Gibt es sonstige Entschuldigte oder Fehlende? Das ist dann auch nicht der Fall. Der allseits beliebte analoge Taschenkalender ist auf Ihrem ... Sie können an diesem Taschenkalender sehen, dass Print-Erzeugnisse doch noch eine Zukunft haben. Sie müssen einfach nur qualitativ sein und Sie müssen gut aufgemacht sein. Das kann man ja wirklich von unserem Taschenkalender so behaupten. Also, an Ihren Plätzen ist aus ... Wie soll ich denn das Lachen deuten jetzt? Das ist ja ungeheuerlich. Also, bitte keine Kritik an der Landtagsverwaltung und schon gar nicht am amtierenden Präsidenten, Frau Staatsministerin. Er ist ausgelegt, liegt an Ihren Plätzen und er gilt für 2020. Wenn das so weitergeht, machen wir das auch 2021. Aber ich sehe, darüber wird man vielleicht noch diskutieren müssen. Heute Abend um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine – hier steht ein wunderbares Wort – Politauswahl – haben Sie das Wort schon einmal gehört? – gegen eine Politauswahl der Region in Ginsheim-Gustavsburg antreten. Das Spiel findet statt zugunsten der Jugendabteilung des VfB Ginsheim. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen, dass der Vizepräsident Lorz morgen uns überwältigende Siege hier verkünden kann. Wir harren der Dinge und freuen uns auf die Ergebnismitteilung, Herr Vizepräsident. Ja, heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt dann der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Sitzungsraum 510 W zusammen, mit oder ohne Plenarkalender. Und der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst tagt heute Abend in Sitzungsraum 204 M. Weitere Ausschusssitzungen stehen jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Damit habe ich die Mitteilungen des Tages vorgenommen.